Hier soll mein Fahrschüler die Grundvoraufgabe Wenden durchführen. Da würde ja nichts naheliegender sein, als an der nächsten Kreuzung links und dann gleich wieder links abzubiegen. Hier wunderschön gemacht, direkt in den zweiten Gang für die Motorbremse. Jetzt nur noch richtig einordnen und gleich die Reifen in die richtige Richtung drehen. Auto fahrfertig machen und jetzt heißt es einfach nur noch die richtige Lücke abwarten. Kleiner Hinweis noch dazu, umso länger du wartest, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Querverkehr irgendwann grün bekommt. Jetzt ist es soweit, wir machen uns langsam auf den Weg und von hinten kommt auch schon der Joggereingriff. So, ist auch ein guter Kollege von mir. Moin Werner, der geht sich hier morgens immer die Leberkasse mir holen.